Ein Audi A4 steht hier zum Verkauf. Der graue Kombi ist 5-türig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 198.000 km. Die Erstanmeldung war Ende 2004. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Diesel eine Leistung von 163 PS an das Automategetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 7,1 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017